Sag mal, Reinhold, die Chrome-Metal-Tigers, was sagt dir das? Ja, absolut prägende Band für mich gewesen. Ich weiß ja, wie das immer kritische Musikmagazin Sounds damals gesagt hat, das wäre wirklich etwas Neues, was für uns Musiker für alle irgendwie alles neu definieren wird. Ich bin nach wie vor der Meinung, das war irgendwie so prägend in jeder Hinsicht. Ich meine, es hat alles pulverisiert, was damals in der Musik passiert ist. Also ich finde es großartig, dass diese Musik wieder aufnimmt. Danke, Reinhold. Bitte.